In diesem Video schauen wir uns an, wie wir für unsere Texte, als auch für Bilder, diesen Bilderbuch-Effekt erstellen können. Ich habe in der Vergangenheit schon mal ein Video zu diesem Effekt gemacht, allerdings geht es heute um eine alternative Möglichkeit, die uns ein bisschen Arbeit erspart und das Ergebnis sogar noch realistischer aussehen lässt. Und zwar nutzen wir hierzu das Gitterverzerrungstool. Viel Spaß mit dem Video. So, wir starten das Projekt wieder mit diesem Ausgangsbild hier, mit diesem Buch. Das natürlich in der Beschreibung auch verlinkt ist. Ihr könnt aber auch jedes andere Bild von einem aufgeschlagenen Buch hierfür nutzen. Als erstes Beispiel, wie wir dieses Gitterverzerrungswerkzeug einsetzen, will ich hierzu auch gleich mal einen Text diesmal nutzen. Also wir fügen als erstes kein Bild ein, sondern einen Text. Und damit starten wir jetzt auch. Und zwar machen wir das auf folgende Art und Weise. Ich wähle als erstes in der linken Leiste das Rechteckwerkzeug und ziehe erstmal ein Rechteck auf. Hier könnt ihr euch gleich überlegen, ob ihr eine weiße Textseite haben wollt oder vielleicht eine andere Hintergrundfarbe für diese Seite. Ich belasse es mal bei weiß und wähle dann als nächstes den Rahmentext aus. Der versteckt sich eventuell hier hinter dem Grafiktext, also einfach auf dieses kleine Dreieck drücken und dann habt ihr hier beide zur Auswahl und hier wie gesagt den Rahmentext nehmen. Den Rahmentext ziehe ich dann auf die genau gleiche Größe auf, wie auch mein eingefügtes Rechteck hier. Und in diesen Rahmentext können wir jetzt einen beliebigen Text einfügen. Ich nehme für dieses Beispiel jetzt einfach einen Fülltext. Fülltexte finden wir hier oben unter Text und dann Fülltext einfügen. Das ist eben einfach ein Beispieltext, irgendwelche Wörter und das Ganze vergrößere ich mal ein bisschen, damit wir das dann später auch besser sehen können. Und genau diese Textseite, die wir hier jetzt erstellt haben, die machen wir jetzt zu einer Buchseite, so dass das Ganze dann eben auch realistisch aussieht. Man könnte diese Seite jetzt natürlich noch ein bisschen anpassen, also das heißt ein bisschen Seitenabstand einfügen, wie das ja auch bei einer normalen Buchseite hier der Fall ist. Für das Beispiel belasse ich das jetzt aber wie gesagt erstmal dabei und wir schauen gleich in die Ebenen rein. Hier wäre jetzt nämlich der erste Schritt, dass wir den Rahmentext, sowie auch das Rechteck, das wir eingefügt haben, beide markieren, also Steuerungstaste gedrückt halten und beide mit der linken Maustaste anklicken und dann zu einer Gruppe machen. Hier auf diesem Symbol Ebenen gruppieren und dann können wir nämlich jetzt diese beiden Ebenen gleichzeitig anpassen. Und dazu, wie gesagt, nutzen wir jetzt dieses Gitterverzerrungstool, das uns hier eine Menge Arbeit auch erspart. Falls dieses Werkzeug hier in der linken Leiste nicht zu finden ist, dann ist das wie immer hier unter Ansicht, dann Werkzeuge anpassen und dann öffnet sich dieses Fenster mit allen Werkzeugen und hier können wir einfach per Drag & Drop das Werkzeug dann rein- und rausschieben. So, wenn das gemacht ist, dann wie gesagt wählen wir das Werkzeug an, dann entstehen diese vier Eckpunkte um unseren Text hier und an diesen Eckpunkten können wir das Ganze dann eben einfach bewegen und anpassen und das mache ich hier mal. Ich setze direkt die zwei linken Eckpunkte an die linken Enden der Seite und das gleiche auch mit den zwei rechten Eckpunkten. So, dass das mal hier so grob drüber gelegt ist, dann zoomen wir ein bisschen in das Bild rein, Steuerungstaste gedrückt halten und das Mausrad drehen und passen dann eben genau diese Eckpunkte jetzt exakt an, möglichst genau natürlich, dass diese Seite hier abgedeckt ist und dann sehen wir schon, wenn wir die Eckpunkte anklicken, dann entstehen diese Arme hier, die von den Eckpunkten wegstehen, über diese Arme können wir dann eben die Kurve anpassen, also die Form der Seite im Endeffekt und wenn wir hier jetzt eine gerade Linie haben wollen, dann müssen wir einfach diese beiden Arme von dem Eckpunkt links oben und links unten genauso gegenüberlegen, dass die sich praktisch berühren. Dann haben wir hier eine gerade Linie und dann natürlich immer darauf achten, dass das Ganze einfach auch sauber platziert ist. Ich denke, das passt hier soweit und damit hätten wir schon mal die Form hier für die linke Kante eingestellt. Dann gehen wir weiter, machen das Ganze auch hier an der rechten Seite, greifen die Arme, hier können wir dann den Bogen darüber sauber einstellen, so dass dieser Bogen eben genau mit dem Buch übereinstimmt. So sieht das schon nicht schlecht aus. Das gleiche machen wir dann auch hier oben. Eckpunkt anklicken, damit die Arme zu sehen sind und diesen Bogen einfach anpassen. So, für oben sieht das jetzt schon ganz gut aus. Dann noch auf der rechten Seite lege ich wieder diese beiden Arme hier gegenüber, beziehungsweise hier die Punkte aufeinander, damit ich hier eine gerade Kante habe. Und so denke ich, haben wir hier ein ganz gutes Ergebnis. Ich will mal kurz in der linken Leiste das Verschieben-Werkzeug wieder an, damit das hier die Markierung abgewählt ist. Und dann sehen wir die Seite. Die sieht jetzt schon optisch ziemlich gut aus. Das wirkt sehr realistisch, wie praktisch die Seite so gebogen ist. Und so kommen wir hier eigentlich relativ schnell und einfach zu einem sauberen Ergebnis. Natürlich ein bisschen Detailarbeit, das Ganze einzustellen, aber auf jeden Fall sehr praktisch mit diesem Werkzeug. Und natürlich lässt sich auch dieses ganze Prinzip auf ganz normale Bilder anwenden. Als Beispiel füge ich mal kurz per Drag & Drop noch ein Bild in dieses Projekt ein. So, das habe ich hier jetzt mal gemacht. Mit dem Bild können wir jetzt genau das gleiche machen wie gerade eben und dann im Anschluss auch nochmal so ein bisschen die Schattierung einstellen. Zuerst, wie gesagt, werde ich hier dieses Bild anpassen. Einfach in der Größe hier grob einstellen, dass es so über der Seite liegt und dann auch hierfür wieder das Gitterverzerrungswerkzeug anwählen und genau das gleiche wie gerade eben machen, die Eckpunkte anpassen, so dass es eben sauber dann auf der Buchseite drauf liegt und die Form genau nachstellt. So habe ich mal das Ganze jetzt auch für das Bild auf der rechten Seite eingestellt. Also wir sehen, dieses ganze Prinzip lässt sich sowohl auf Texte als auch auf Bilder anwenden. Sehr praktische Funktion. Und jetzt zum Abschluss wollen wir das Ganze noch so ein bisschen schattieren, praktisch, dass die Seiten hier zum Inneren so ein bisschen dunkler werden. Das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen besonderen Effekt. Das haben wir uns ebenfalls auch im letzten Video angeschaut. Da wir hier jetzt aber eine andere Art und Weise genutzt haben, wie wir diesen Effekt erstellen, schauen wir uns jetzt noch an, wie wir eben diese Schattierung auch machen können. Und das ist ganz einfach. Wir wählen einfach einen der beiden Seiten an, gehen dann auf die Auswahl aus Ebene. Das heißt hier oben dann unter Auswählen und dann auf Auswahl aus Ebene. Diesen Punkt finden wir hier. Wenn wir da draufklicken, dann wird unsere angepasste Seite praktisch markiert. Also die ganze Form der Seite. Genau das brauchen wir jetzt, wenn wir nämlich dann das Rechteckwerkzeug wieder anwählen. Einfach mal so ein Rechteck über die Seite ziehen. Ganz egal in welcher Farbe, wie groß. Das muss einfach die Seite abdecken. Dann schauen wir in die Ebenen rein und erstellen hier eine Maskierungsebene. Ja, also praktisch eine Maske, damit unser Rechteck jetzt genau diese Form annimmt. Dann können wir auch gleich die Auswahl wieder aufheben. Das funktioniert dann auch wieder hier oben unter Auswählen und Auswahl aufheben. Oder natürlich der Shortcut STRG-D, der uns auch angezeigt wird dort. So, diese Seite, die können wir dann einmal anklicken. Dann nehmen wir unser Werkzeug für Verläufe in der linken Leiste, erstellen einen Farbverlauf, machen für die rechte Seite hier, für den rechten Punkt, den klicken wir einmal an, wählen hier dann schwarze Farbe aus, nehmen gleich die Deckkraft drunter, etwa auf 50 Prozent ungefähr, klicken dann den linken Punkt an, den linken Punkt, dann nehmen wir die Deckkraft ganz raus, auf 0 Prozent und dann können wir praktisch diese Schattierung einstellen, über den Regler hier in der Mitte und auch indem wir die Punkte dann einfach versetzen. Und ich will wirklich nur hier ganz rechts am Rand so eine leichte Schattierung haben. Den Effekt haben wir hier jetzt schon, wie man sieht, das sieht ganz ordentlich aus. Ich will wieder alles ab und hier sehen wir dann das Ergebnis für diese linke Seite. Das Ganze können wir dann natürlich auch nochmal für die rechte Seite machen. Das mache ich mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. So, und damit wäre das hier dann unser fertiges Ergebnis mit dem Gitterverzerrungswerkzeug diesen Bilderbuch-Effekt erstellt und das Ganze noch so ein bisschen schattiert. Ich hoffe, dass die Schritte verständlich waren, dass du gut mitgekommen bist. Würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und schau gerne in die Videobeschreibung, falls du mehr über Affinity Photo lernen möchtest. Da ist wie immer der komplette Affinity-Fotokurs von mir verlinkt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, wir hören uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos.